Laut Bundesinnenministerium hat die Bundeswehr ja 4.587 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Davon waren knapp 4.000 Afghanen, aber nur 138 Ortskräfte. Wie konnte das passieren, dass das nicht kontrollierter ablief? Unser Rettungskonzept war Klappe auf und wer reinkommt, kommt mit. Bei dem Konzept Klappe auf kommen natürlich die Menschen mit, deswegen sitzen auch vor allem, wenn man sich die Fotos anguckt, die junge Männer in den Flugzeugen, die Menschen mit, die am robustesten, um es mal zurückhaltend auszudrücken, sich durchgeschlagen, durchgeprügelt haben, vorbei an den Menschen, die wir eigentlich retten wollten. Die Wahrheit ist, wir wissen nicht, wen wir da gerettet haben, wir wissen teilweise nicht mal, wer die Menschen sind. Und dass eine hohe, relevante Zahl von Schwerverbrechern dabei ist, wissen wir inzwischen.